herzlich willkommen bei ein probieren wir spielen rettet die welt von fortnite wir sind wieder ein aufträgen zu erfüllen auch wenn das täte von bibel das interessiert uns überhaupt nicht zu versuchen wir mobile toiletten und irgendwelche neue ausscheidungen oder sowas neutralisierungsflüssigkeit sie vielleicht auch wieder muss chlorex oder sowas jetzt die frage ich habe das jetzt schon mal gemacht deswegen weiß ich jetzt konnte ich das einstellen so ich gehe zur karte das weiß ich nicht so habe ich jetzt hier diese dinge oder wie gesagt keine ahnung und wie gesagt mein daraus auch fällt das ist noch so ein anderes übel was mich ein bisschen schockiert das kann man ja auch schnell lassen auch irgendwie da ist die feilen wenn wir alles ich habe mich mit dem dünn einschalten ich höre mich gar nicht das müsste denke ich reichen dass ich das zeug also irgendwie noch so viel schreiben mittlerweile das müsste erst mal reichen ich müsste mit das ganze zeug zusammen wenn es zu weit ist ja es ist die frau sind so korte gehen und irgendwie ja also ich gehe jetzt ins fragezeichen rein und hilft dass was richtiges kommt aber so richtig industriezonen das kennt zum beispiel eins sein keine ahnung wir probieren es jetzt einfach mal auf den leichten erst mal wie gesagt ich weiß nicht wo ich hin soll wenn ich auf automatisch geben ist einige sorge da hatte ich bis jetzt auch pech man nehmen wir die und probieren ob es das ist oder nicht so los geht's versuchen toiletten häuschen wenn euch welche flüssigkeiten es ist jetzt eindeutig eine industriezone wenn wir begreifen wie die ihre scheiß häuser für die toiletten häuser haben mein glück sehen so gut ich kann nicht mehr vor wie gesagt noch kommt Fortnite auch immer mal live und einen ganz neuen highlight bei den live shows und zwar gibt es die Skilvorstellung jeden Tag wenn es geht müssen wir sagen ich fang demnächst oder mit arbeiten das ist da nicht mal ganz so gegeben leider haben wir das Lohäuschen nicht gefunden sonst ich Ay ich 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 Wir müssen voll, also gut, dann gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gut, dann gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gut, dann gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gehen wir mit auf Reisen. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Wir müssen voll, also gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gehen wir mit auf Reisen. Wir müssen voll, also gehen wir mit auf Reisen. Und der Seil des Vaters. Und ich fürchte, wenn du nicht mit den Kleppnerarbeiten beginnst, bevor die Krähe noch dreimal den Mond überquert, wird es eine höchst unhygienische Situation in der Heimatbasis geben. Oh, richtig. Ich sag an, wie eklig die Leute sind. Nicht rucktrödeln. Wir haben nicht viel Zeit. Sammle die Bioabfallneutralisationsflüssigkeit. Ich brauche sie für die Reparatur. Ich brauche sie für die Reis. Nein, ich muss diese Dürfelschen finden. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben. Ich muss diese Dürfelschen geben, ich muss diese Dürfelschen geben.